Heute mal mit einem zum Thema Sales, ja Vertrieb. Ich höre ja immer wieder so Aussagen wie, ich lasse meine Kunden immer noch mal eine Nacht darüber schlafen. Lass uns doch mal jetzt der ganzen Sache auf den Grund gehen, warum das dumm ist und warum das gar keinen Sinn macht. Ein guter Verkäufer unterscheidet sich halt eben von einem nicht so guten Verkäufer, dass er zum Beispiel eine Sache extrem gut beherrscht. Herzlich Willkommen zur nächsten Immolution Podcast Folge. Heute mal mit einem Thema in Bezug zum Thema Sales, ja Vertrieb. Ich habe eine Aussage mitgebracht, ja und diese Aussage ist für mich eine sehr, sehr wichtige Aussage und eine Aussage, die jeder kennen sollte, aber nicht jeder kennt und zwar folgende. Man verliert einen Auftrag oder einen Sale nie an ein besseres Produkt oder an eine bessere Dienstleistung, sondern immer an einen besseren Verkäufer. Auf jeden Fall. Was ist deine Meinung zu dieser Aussage? Auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall der Punkt, weil das Ding ist ja, man müsste mal ergründen oder nicht müsste, sondern man muss ergründen, was sind denn die Hintergründe? Weil das hat natürlich auch wieder vielfältige Gründe, aber der Punkt ist, dass natürlich definitiv der andere Verkäufer oder andere Makler jetzt in dem Fall einfach smarter vorgegangen ist, dass der den Kunden besser abgeholt hat, dass er ihm einfach mehr Verstehen gegeben hat, dass er nachvollziehen kann, was ist das Angebot, was bekommt er und was erhofft er sich dadurch. Also ich habe da, also Safe, ich habe da einen wichtigen Punkt, warum ich das auch heute anspreche, ist folgendes. Jeder Selbstständige, ich sage bewusst nicht nur Makler, sondern jeder Selbstständige oder Unternehmer, was auch immer, muss ein sehr, sehr guter Salesman, sehr guter Vertriebler sein, muss aber auch ein sehr, sehr guter Marketer sein, weil Vertrieb ohne Marketing bringt auch nichts. Also du musst wissen, wie komme ich an Interessenten und du musst wissen, wie verwandle ich Interessenten zu Kunden. Wenn du diese beiden Skills nicht hast, bist du verloren in dieser Welt, in dieser Welt des Selbstständigentums, Unternehmertums, das meine ich. So, warum sage ich das so klar? Ja, weil am Ende, ich höre ja immer wieder so Aussagen wie, ja, ich lasse meine Kunden immer noch mal eine Nacht darüber schlafen oder ich lasse immer dies und für mich ist das okay, wenn mein Kunde dies, das, jenes. Lass uns doch mal jetzt der ganzen Sache auf den Grund gehen, warum das dumm ist und warum das gar keinen Sinn macht. Ja, das macht wirklich keinen Sinn, das macht wirklich keinen Sinn, überhaupt keinen Sinn. Das Ding ist, dass halt, also wir, ich glaube, ich bin felsenfest überzeugt davon, dass der bessere Verkäufer immer auch der bessere Kommunikator ist. Ja, 100 Prozent. Und wenn wir da uns jetzt mal darauf verständigen, dann ist ja eine Situation, die, wenn jetzt so ein Makler, bleiben wir mal bei unserem Thema, wenn ein Makler jetzt zu einem Kunden geht, dann ist das ja im Prinzip auch ein Stück weit ein bisschen wie eine Schulung auch für so einen Verkäufer, für so einen, ja, Verkäufer einer Immobilie, also einen Privatverkäufer. Ja, das sagen wir jetzt aus unserem … Ich erkläre auch warum, ich erkläre auch warum. Weil es werden ja Informationen transportiert. Wie läuft es, wie macht man das und so weiter und so fort. So, und ein guter Verkäufer, ein guter Verkäufer unterscheidet sich halt eben von einem nicht so guten Verkäufer, dass er zum Beispiel eine Sache extrem gut beherrscht, ist, gute Geschichten zu erzählen, gute Storys, gute Beispiele zu geben. Und er bringt ja die Person in die Situation, also den Gesprächspartner, den Kunden in die Situation zu verstehen, was meint er da und wie funktioniert das? Weil am Ende des Tages will doch der Kunde im Prinzip nur wissen, kannst du das, wovon du da sprichst? Und kannst du mir das liefern, was ich brauche, nämlich einen Verkäufer und das zu einem guten Preis. Und wenn da der smarte Makler in der Lage ist, sein Konzept durch eben viele gute Beispiele, gute Geschichten, gute Testimonials … Und generell einen geilen Prozess so, ne? Einfach einen richtig smarten, coolen Prozess hat, der ihm auch sagt, guck mal, da sind die Fehlerchen, ne? So, da laufen die meisten in die Falle rein, ne? Da und da passiert das und das und wenn du den Weg gehst, dann passiert das, ne? Und das wollen wir natürlich alles hier vermeiden. Willst du das auch? Ja, das möchte ich auch. Wunderbar. Und am Ende Resultat steht ein entspannter, cooler Immobilienverkauf. Und deshalb machen wir das genau so. Da sind wir nämlich bei einem weiteren wichtigen Punkt, ist, dass die Leute, also die Verkäufer oder Möchtegernverkäufer, viel zu sehr, also ich würde mal fast sagen, devot, unterwürfig sind, zu brav, zu lieb. Das heißt nicht, dass man gute Manieren hat und so weiter. Das ist damit nicht gemeint. Aber zu brav, zu lieb heißt, sie überlassen viel zu sehr die Entscheidung dem Gesprächspartner. Und das macht halt überhaupt keinen Sinn. Null Prozent so. Jetzt, woher kommt das? Also du hast zu 100 Prozent recht. Woher kommt das? Die Leute haben einfach Angst vor Ablehnung. Die Leute haben Angst vor der Antwort. Und die Leute wissen, dass wenn jetzt Antwort XY kommt, dass ich nicht weiß, wie ich mit der Antwort umgehen kann, weil ich nicht verkaufen kann. Eigentlich ist mir die Antwort auch, wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich egal, weil ich kenne sie ja schon. Richtig. Weil ich habe ja entschieden, dass das macht. Richtig. Also das, was du sagst, bedeutet, mal die Person deutlich mehr zu führen und quasi die Person, also Menschen mögen es geführt zu werden. Sagen wir mal so. Also für Menschen ist es wichtig, teilweise auch in bestimmten Situationen, vor allem aus Kundenperspektive, geführt zu werden. Weil am Ende ist ja das, was ich erwarte von einem Experten, dass er mich auch führt. Und vor allem ist es ja so, die Komfortzone eines Menschen oder die Angstzone, vor allem dann, wenn man eben vor neuen Entscheidungen trifft, ist ja so groß, denkt mal einfach an euch selber, wenn es darum geht, dass ihr jetzt ins Fitnessstudio geht oder alle, die rauchen oder alle, die nicht ins Fitnessstudio gehen, hört doch mal genau jetzt, wo ihr diesen Podcast hörst. Und ich sage, hör mal jetzt auf zu rauchen, mach es doch mal. Hör doch einfach mal auf zu rauchen oder geh doch jetzt einfach mal ins Gym, nicht am Montag jetzt. Genau das Gleiche haben ja die Verkäufer auch. Das heißt, wenn du jetzt diesen Personen die Zeit lässt, darüber nachzudenken oder die Zeit lässt, was auch immer was zu tun, dann wird es nicht passieren. Absolut. Zumindest zu einem großen Prozentsatz wird es nicht passieren, weil Leute brauchen Hilfe, externe Hilfe, um überhaupt aus dieser Komfortzone rauszukommen. Auf jeden Fall. Ich würde aber noch ein paar Schritte vorgehen. Also ich sagte ja, weil ich kann so dieses Einwand, Vorwand und okay, das muss man vielleicht irgendwie so ein bisschen framen, damit es die Leute besser verstehen. Aber ganz ehrlich gesagt ist es ja nicht, ist ja nur die halbe Wahrheit. Das ist nur die halbe Wahrheit. Das Ding ist, wenn jemand und ich sage mal, es ist eine Bedenken, es ist eine Frage, was die Person hat. Und zwar immer begründet, immer, immer und immer, immer begründet, weil sie irgendetwas nicht wirklich erfasst hat, nicht wirklich irgendwas nicht verstanden hat oder ihr irgendwie einfach Hintergrund fehlt, das zu checken, was der andere ihm da gerade erzählt. Und das Ding ist, wenn ich als Makler nicht in der Lage bin, zu sehen, wenn du vor mir sitzt und irgendwie, ich sage jetzt mal so, schon die Augen verdrehst und ich einfach nicht checke, dass du mir vielleicht gar nicht zuhörst oder vielleicht gar nicht da bist oder ich dich eigentlich schon übergeredet hab, also überbelabert hab und du einfach schon gar nicht mehr, schon lange nicht mehr folgen kannst, dann hat der Verkäufer nicht nur ein Problem, dass er nicht verkaufen kann, sondern hat der Verkäufer auch das Problem, dass er einfach keine Wahrnehmung hat für den Menschen, der einem gegenüber sitzt und viel zu sehr mit sich selber beschäftigt ist. Also der hat sein System, sein Prozess, wenn er denn überhaupt einen hat, nicht im Griff. Das Thema Wahrnehmung ist ja jetzt mal auch ein Riesenpunkt, weil die Eigenwahrnehmung und Selbstwahrnehmung ist ja sowieso oftmals eine sehr große Diskrepanz. Ich sag mal, ich will gar nicht so tief da einsteigen. Ja, aber es ist trotzdem ein wichtiger Punkt, ja. Man muss mal, man muss mal selber eigentlich hingehen und sich selber mal so ein Gespräch aufzeichnen und sich das dann nachher mal angucken, um selber mal zu merken, wie falsch man eigentlich in manchen Situationen handelt. Also ich glaube, wenn man in Deutschland wirklich einmal sich Gespräche anhören würde und man würde die mal analysieren. Ich glaube, da würde ich, glaube ich, eher ein Schleudertrauma kriegen als irgendwas anderes. 100 Putter, ja. Also ich, also wo Leute ... Bei manchen Leuten frage ich mich, wie können die überleben? Ich frage mich, wie können die überleben? Also ich will das jetzt, das hört sich jetzt so von oben herab an, aber es ist halt wirklich so, wenn ich mich manchmal unterhalte und ich denke, hä, das kann doch nicht sein. Wie funktioniert das? So, okay, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn, alles schön und gut, aber am Ende geht es ja um Statistik, ja. Absolut, aber es geht auch ... Eine wichtige Sache ist halt einfach dieses Thema Training, ne. Also Training ist ja eine ganz wichtige Grundlage dafür, um überhaupt besser zu werden. 100 Prozent, ja. Und aber, um nochmal zum Thema zu bleiben, ich ... Weißt du, das Ding ist, wenn mir jemand eine Frage stellt oder zum Beispiel die Aussage tätig, ja, ich habe noch andere Gespräche, ich muss mir das nochmal überlegen. Ja, so, das ist ja die Aussage. Und das Ding ist, die Ehrlichkeit fehlt an der Stelle. Die Ehrlichkeit sich selbst gegenüber, dass die Makler selbst das auch noch glauben. Also glauben, dass das richtig ist, was der Verkäufer sagt. Und das ist halt grundlegend falsch. Was der Verkäufer sagt, ist aus seiner Perspektive natürlich vollkommen richtig, weil irgendwas hat er nicht verstanden. Ja, aber das ist nicht der Grund dafür, warum er es nicht jetzt entscheiden möchte. Am Ende geht es ja nur darum, dem Menschen zu helfen, eine Entscheidung zu treffen. Ja. Das ist das auch, was ich meine mit Komfort und Angst. So, ihm muss geholfen werden, jetzt eine Entscheidung treffen zu können. So, und darüber nachzudenken, ist halt nicht die Wahrheit. Das ist ja nicht der Grund, warum er es nicht kann. So, weil da ändert sich nichts. Ja, klar. Da muss ich aber auch den richtigen, den richtigen Purpose dahinter haben. Das richtige Warum. Weil wenn ich jetzt nur da sitze, um Kohle zu verdienen, ja, dann steuere ich natürlich anders an, als wenn ich sage, ich sitze da, weil ich dem helfen will, der Person. Helfen will, dass er den richtigen Makler bekommt, dass die Vermarktung super funktioniert, dass die Immobilie tipptopp mit dem bestmöglichen Ergebnis verkauft wird. So, jetzt kann vielleicht der ein oder andere sagen, ja, jetzt hätte ich auch Geld verdienen. Ja, will ich Geld verdienen? Keine Frage. Aber es ist ein Ergebnis. Aber das ist ein Ergebnis, genau. Das ist ein Ergebnis aus einer guten Arbeit, die ich mache. Aber die Frage ist, warum mache ich die Arbeit? Ja, weil ich Bock habe, anderen Menschen zu helfen und vor allen Dingen, weil ich keine Lust habe, dass er bei irgendeinem Holzkopf landet und die Wahrscheinlichkeit liegt bei 90 Prozent, dass er bei einem Volldeppen landet, der es nicht kann und ich der Einzige bin, der ihn retten kann an der Stelle jetzt. Ja. Und das sehe ich so. Ja. 100 Prozent. Ich meine, das ist ja das Thema. Wir haben ja davor jetzt noch eine andere Folge aufgenommen. Das greift ja jetzt ineinander. Dieses, der Punkt, dass der Markt, gerade im Maklermarkt beweist ja die Konkurrenz, wie wichtig es ist. Also es ist ja wirklich, jetzt könnte man sagen, ja, Vertriebler, Floskel, bla, bla, bla. Aber es ist meiner Meinung nach wirklich unterlassene Hilfeleistung, wenn ich mir angucke, dass 90 Prozent der Makler Objekte am Markt verbrennen. Ja, Preisreduktionen, wiederholte Male und so weiter und so fort. Dann muss ich doch dieses Mindset haben, okay, wenn ich es jetzt nicht schaffe, den Menschen die richtigen Daten zu geben, dass er mir den Auftrag erteilt, dass ich ihnen dann helfen kann. Absolut. Genau so ist es. Also das ist ja vollkommen. Ja, ist klar. Also das Ding nochmal vom Cycle ist einfach, Verkäufer sind im Endeffekt, also ich habe ein schönes Beispiel. Nehmen wir jetzt mal ein achtjähriges Kind, was in der Schule sitzt. Und der Lehrer erzählt jetzt irgendwas. Es wäre ja schon ziemlich, ein ziemlich krass cooles Kind, wenn das Kind jetzt mit acht Jahren sagen würde, also passen Sie mal auf, Herr Lehrer, da an der Stelle gerade eben auf Seite 17 des Buches Mathematik, da bin ich ausgestiegen. Da habe ich irgendwas nicht verstanden. Das wird kein achtjähriges Kind tun und das wird auch kein Verkäufer tun. Also ein Verkäufer wird auch nicht hin und gesagt, also irgendwas bei Ihnen in der Präsentation oder gerade eben im Gespräch, da so vor zwölf Minuten in etwa, da haben Sie mir was gesagt. Das habe ich nicht verstanden. So und jetzt machen wir kurz eine Pause. Da sollen die Leute jetzt mal drüber nachdenken, weil das ist eigentlich schon die Antwort auf alles. Genau. Klar. Welcher Mensch sagt, und ihr wisst das gar nicht, ja, welcher Mensch sagt einem während des Verkaufsgesprächs EK1 oder Objektaufnahme, wie auch immer ihr das nennen wollt, wer sagt euch jetzt, mach mal kurz Halt, sagt mir nochmal, wie muss ich das verstehen? Genau. Macht keiner. Und ich sage dir noch was. Und das mache ich jetzt heute mal wirklich ganz bewusst. Ich sage, in Deutschland gibt es keinen anderen als uns, der so genau Verkauf von Immobilien und Einkauf von Immobilien und Akquise analysiert hat, auseinandergenommen hat und auf den Punkt gebracht hat wie wir. Der existiert nicht. Du kannst mir jeden hier hinsetzen, jeden scheißegal wen. Und ich sage dir, es wird keinen anderen geben, der in der Lage ist, auf unserer Augenhöhe mit uns über Immobilien einkauf, Verkauf, Bewertung, Analyse etc. zu sprechen. Also das heißt, du kannst jetzt weiter wirklich im Dickicht rumlaufen und kannst weiter rumirren und überlegen, wie läuft das? Oder aber ich kann es den Leuten nur raten, weil das war auch bei mir. Ich bin auch jahrelang immer in die falsche Richtung gelaufen, bis ich halt irgendwann mal angefangen habe, wirklich jedes einzelne Gespräch auseinanderzunehmen. Und da gehört unheimlich viel Reflexion, Konfront, Hinschauen dazu, weil es tut ja weh. Das tut ja weh, einen Misserfolg zu konfrontieren oder wenn irgendwas nicht funktioniert. Das macht einfach mal gesagt werden. Und was ich da teilweise draußen höre, in so halbseidenen Kindergartenverkaufstrainings, wo es überhaupt gar nicht darum geht, irgendwelche Techniken anzuwenden. Nee, du musst erst mal verstehen, wie ein Mensch funktioniert, wie Verstand funktioniert. Die Techniken sind natürlich dann in der Ausführung der Sache wichtig. Aber du musst im Prinzip gut kommunizieren können. Das ist ja der Schlüssel. Du musst gut dich unterhalten können, vernünftig reden können mit den Leuten. Vor allen Dingen musst du wissen, wie transportiert man Wissen, dass A, der Kunde nicht ein Problem damit hat, dass er das, was du sagst, vom Hintergrund her, dass er keine Vorstellung davon hat, kein Bild. Weil erklär mal einem Kind Addition, Subtraktion, Multiplikation, bla bla bla. Wenn es überhaupt keine Vorstellung davon hat, dem Kind, dann wird es das nicht checken. Und so ist es bei Verkäufern genauso. Und wenn du da mit Fachbegriffen um dich rumwirfst und der Verkäufer, der checkt auch die Hälfte nicht, dann hilft dir das auch nicht. Und das Endergebnis ist, du musst nochmal darüber nachdenken. Und dann kriegt der andere Makler den Auftrag, weil der hat gesagt, was wollen sie denn haben? Ja, alles klar, kriegen wir hin. Also das war in dem Fall der smartere Verkäufer. Das war nicht der bessere, das war der smart, also besser in dem Falle, was den Auftrag angeht, aber natürlich nicht der verantwortungsvollere Makler. Aber darum geht es in dem Moment auch gar nicht. Ja, weil es geht ja erstmal darum für den Verkäufer, er will denjenigen finden, wo er glaubt. Wo er glaubt. Und das ist das Ding. Also musst du schon, wenn du das Spiel spielen willst und gegen die anderen gewinnen willst, dann musst du natürlich die Verantwortung nach wie vor hochhalten. Aber du musst auch mit den ganzen kleinen Ratten da draußen, die eben diese, sagen wir mal, nicht ganz verantwortungsvollen Strategien anwenden, bestehen können. Ja, auch Lügen und so weiter. Aber auf jeden Fall, das sind alles sehr, sehr wichtige Punkte. Ich würde sagen, damit belassen wir es auch dabei. Also sei dir einfach bewusst, du hast eine Verantwortung und du musst den Leuten als guter Vertriebe. Oder anders gesagt, du hast gar keine Wahl, du musst richtig gut verkaufen können, du musst richtig gut im Marketing werden. Du kannst es bei uns lernen, nicht nur einfach zu verstehen, wie funktionieren Menschen überhaupt, zu kommunizieren, sondern dann natürlich auch die richtigen Techniken, das umzusetzen in der Praxis. Weil natürlich kann man nicht jeden überzeugen. Wir auch nicht. Ja, also lassen wir auch die Wahrheit sagen. Aber es geht darum, statistisch bei 80 Prozent der Leuten, die die qualifizierte Ausgangssituation erfüllen, die wir benötigen, den Auftrag zu bekommen, zu absolut realistischen Marktwerten, bei vollem Bewusstsein des Verkäufers, was hier passieren wird. Und dann macht es auch Spaß. Und last but not least, du brauchst als Makler keine Hilfe. Ich sage das auch ganz auf. Du brauchst keine Hilfe, wenn du die Entscheidung getroffen hast, dass du das Spiel, und es ist das verantwortungslose Spiel, den Verkäufern, den Glauben zu lassen, eben dass ihr Preis, ihr Wunschpreis richtig ist und dass das funktioniert. Wenn man das Spiel spielen will, dann spiele das weiter, da brauchst du keine Hilfe. Ja, so, und wenn du glaubst... Ja, aber das ist auch nicht schwierig. Genau, das ist, das kann jeder. Ja. Ja, also die Aufträge, dann, da mache ich ja jeden Tag, dann, dann, dann kann ich genauso gut mit, mit einem, mit einem Omnibus durch die Städte fahren. Da schnappe ich da allen die Aufträge weg. Also das ist ja, das ist ja keine Kunst. Ja. So, das ist ja überhaupt wirklich gar keine Kunst. Da kannst du ja, kann ich mich auf den Marktplatz stellen. Das ist ja vollkommen affig. Und genauso, wenn es, und das möchte ich auch mal hier die Tür zumachen für Coaches oder Trainer, die sowas draußen schulen. Ja, die sowas draußen schulen. Also Leute, ganz ehrlich, das kann es einfach nicht sein. Also wer Leuten, ich sag mal, verantwortungslose Betrüger-Tricks beibringt, ja, also sorry, das, das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Und das, ihr müsst wach werden da draußen. Das ist wirklich wichtig. Ihr müsst echt wach werden und hinschauen. Ja, weil Können hat auch immer was eben mit Können. Also Wollen kommt vor Können. Das ist das Erste. Und das Zweite ist Kompetenz. Und Kompetenz ist auch ein bisschen Arbeit. Hundert Prozent. Ich würde sagen, geiles Schlusswort. Ciao. Und das ist ja. Und das ist ja. Ich würde sagen, geiles Schlusswort. Und das ist ja. Ich würde sagen, geiles Schlusswort.